Hallo Leute, heute Willkommen zu einer neuen Folge. Ja. Das ist ein Wacken. Ich habe nur noch 5 Jahre altes. Wir stehen hier vorne vorne. Und wie immer noch das ist. Das ist ein Wacken. Okay, endlich viel zu machen. Dann bin ich in der Einwanderwild. Oh, gar nicht sagen. Was? Die ersten beiden Geräte sind von Stoller-Bildscher. Das ist das Wacken. Und ein Trampel-Fahrt ist gut geworden. Und zweitens, hier wird ein Boot, der in der Zeit schon nicht gebrochen wird. Und dieser Fakt ist für sich immer auch. Ähm, also. Unvermacht. Gleiches. Dann, wenn wir gerutschen sind. Ähm, das ist einfach zu sagen, weil der Trampel-Fahrt. Und man kann es nicht sehen. Vor allem, wie sie kleiner ist. Mit wegen, als ob es hier geht. Ist gut. Ähm. Wenn man von Fahrt rutscht mit Geist. Und als zweites. Und als zweites. Kann man jetzt hier mal reingehen. Und dann jetzt hier fahren. Und Und Abführen. Was komische. Ja, ist schwierig. Nein. Ich weiß, was jetzt eigentlich war. Ich weiß, was das war. Ich weiß, was das war. So. Das ist ja vielleicht so. Na, paddel aber. Ja, wir sinds. Und dann ist alles gut gehörter! Dann fuhre ich das! Dann fuhre ich die andere Seite, die zu vermitteln! Letztendlich fuhre ich die eine andere Seite. Und alles gut! Und du willst miche die schönstehende? Höreln! Und du musst dich nicht! Wir fuhren, bier nicht! Aber dann geht's um einen Splunkboard. Fakt 3 ist wo Creeper und Somt. Ich erinnere mich an den Charm verschreiben, wenn mein kleiner Weg mit den Seek-Toucher anbauen. Diese Wand ist richtig. Wenn wir hier ein paar Ziele wissen. Wenn wir den Seek-Toucher anbauen, dann nehmen wir die große Leiterung mit den Seek-Toucher anbauen. Dann haben wir vorhanden. Komisch, aber... ...ehr komisch, weil... ...wirkt gar nicht mehr. Dann als nächstes fange ich für ihn jetzt von einem Fackladen beschreiben. Weil man in einem Fackladen in einer Legeplatz hat. Das hat sie immer wieder gebraucht. Und für diesen Fack habe ich dann diese Konzentration aufgebaut. Ähm, dass man... ...bühnen bis 10... ...nachstellen mit sein kann. Das war schon bei der Nulleszeit jetzt. Und ihr wollt wissen, wohin Südnöstern seid einfach... Okay, also... ...und hier ist... ...ein. Dann setzt ihr einfach hier genau nach Decke... ...und die setze ich dann... ...dunk... ...norden zum... ...dünn... ...dass wir jetzt hier gucken. Und... ...leitze ich hier... ...norden... ...und... ...mal so... ...nach da... ...da... ...da... ...und... ...also gut... ...dünnös. Ziemlich cooler Fack... ...also gut... ...ziemlich cooler Fack heute. ...over messed das hier. ...Görner. ...und die Heif ja ... ...ist echt der coolste Fack... ...um allen... ...und wenn ich jetzt hier so ein... ...und plötzlich... ...das ist besser... ...sichtig... ...das Eingang. Ähm Ich hoffe es Ich bin derjenige Ich habe es angebracht Was hier Ich weiß es nicht Oh 2 3 7 1000 machen Schlafen Mit ihm 3 Sehr komisch Das sollte nicht sein Aber Nochmal hier so Mein Kopf Ähm Ich kann es jetzt mit meinem Kopf Dringen Und ich finde es echt ein cooler Fakt Aber Ich weiß nicht wer das nicht ausfest wird Aber Ich habe es nicht Ich bin der Ich habe es nicht Ich habe es nicht Aber ich habe es nicht Ich habe es nicht Ah.